hallo meine lieben dampfer freunde herzlich willkommen auf vapelei euren kanal für eure älter und vieles mehr natürlich meine freundin wieso wird man irgendwie zu begeistert hinter der kamera ist der liebe bittek der zu besuch heute ist ja ja ich film nur ich soll mal mein ganzes set-up was ich alles hier habe vorstellen wie ihr schon seht es ist ein bisschen was also hier oben sieht man meine flaschen meine basen aromen fertig liquid zum selbst drehen akkus fertig mixe zeug hier also hier meine flaschen wo hiervon auch noch welche da sind wo ich noch ein mal ein bisschen so man kennt mich man war der lehrdampfen müsste und mal so machen müsste ja aber ich bin hab zurzeit viel zu tun wegen arbeit und so weiter ja hier noch ein paar gummies also gedichtungsringe wie gesagt mein fertig zeug von meiner absoluten favorite sorte von fach zu wurgels übelts nice sehr lecker weil ich auch zurzeit dampfe ist crazy lollipop sehr lecker vor allem mit fünf prozent wodka anteil schock betek wie sind auch lecker sehr lecker wie ihr es schon seht hier habe ich meine dädenlos drin zum kreuz wickeln zweimal wurde das ist der schieber das ist für die umwandlung und hier ist halt der dädenlos drin schön verpackt ist wie ein akku kann man auch mit akkuschrauber benutzen und so weiter aber ich finde es auch mit ganz gut kommt zwei akkus rein dann braucht er bloß einspannen also vorher abschneiden einspannen hier einspannen vorher den grad hier durch machen kommt noch mal welche dicke ihr habt vorher rum wickeln und dann einfach anschalten und natürlich hier hinten das ende festmachen damit sich das mit dreht ja seht ihr dreht sich mit und dann dreht sich jetzt von alleine ihr braucht gar nichts mehr machen es dreht sich von alleine oder schiebt sich von alleine stück für stück immer weiter nach vorne und die coils sind optimal die sind schock kapsel habe hier was fertiges und ihr seht das das 1er ist optimal ist es liegt hautengern hier ist noch mal ein ganz anderes noch andere zugehört wie die verpackung hatte draht noch fertig fertig wie mixed liquid mein rührstab für selbst zum umrühren die verpackung für den kombo finden für meine alien rest in peace alien war meine aliens kaputte jagen ansatzgläser für meinen zeit für meinen zyklon noch die verpackung ich hoffe euch hat es gefallen wenn ich ist auch nicht so schlimm ich darf jetzt erstmal noch gemütlich eine runde und was dann noch nach und danach kommt ach so wir brauchen noch ein tapnail machen wir brauchen noch ein tapnail ok tapnail ist da bewerten kommentieren nicht vergessen so sieht es aus wie der bitte gerade gesagt hat für mehr steini videos lasst dem video ein like da ist da ohne absolut krank der scheiß ich würde sagen das war mit dem video ich würde sagen ich würde auch